Ich bin gewählt, um bis zum letzten Tag meiner Amtszeit im Mai diesen Jahres meine Arbeit zu machen. Daneben werden wir viel Spaß haben. Ja, jetzt ist es nicht mehr ganz lange. Am 17. April diesen Jahres wird in Techt ein Neubürgermeister gewählt. Ich fange noch mal an. Eine der Fragen, die gestellt worden ist, bezieht sich auf das Thema Grundsteueranhebung. Wolltet ihr zur Hundesteuer noch was hören? Frei abgoten lassen. Ganz herzlichen Dank für eure Fragen. Ganz rund um das Thema... Nein, das machen wir noch mal. Ganz herzlichen Dank für eure Fragen. Nein, das machen wir anders diesmal. Ja, die Techt der Altstadt ist eine... Schwupp. Fossi-Bär. Fossi-Bär. Und ich glaube, da kommt insgesamt eine ganz gute Situation zusammen. Er ist zu kalt. Er ist zu kalt, Herr Sauerland. Genau. Tag zusammen. Hallo. Ich habe in einer Schule für... Mehr... 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 So, mehr mache ich nicht. Ja, alles Gute und morgen war ein Gehen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr, sehr. Das ist ganz knapp. Verd intrant. Verdך natur!